Das war tatsächlich was, nämlich Licht am Ende des Tunnels. Wow, okay. Hier geht es gut ab. Da will ich jetzt erstmal noch nicht runter. Ich baue hier erstmal mal ein paar Sachen ab und dann geht es weiter. Und während ich hier gemütlich in meinem ausgeleuchteten Level 45, wir dürfen auf gar keinen Fall sterben, weil wir werden so dermaßen Sachen verzaubern, wenn wir hier wieder lebend rauskommen. Und das wäre so ärgerlich, wenn wir jetzt krepieren würden, nur weil ich zu doof war, irgendwie aufzupassen. Wir haben Gott sei Dank eine Rüstung an. Das heißt, da kann uns eigentlich nicht allzu viel passieren, selbst wenn uns ein Creeper direkt auf der Nase explodiert. So, und wir kommen immer tiefer rein. Ein wilder Spiel. Unfassbar, unfassbar. Also es ist wirklich ganz abgefahren. Okay, hier ist eine Höhle. Dankeschön für das Signal. Das wäre mir ja fast nicht aufgefallen. Fände es ja auch ganz cool, wenn wir jetzt noch ein paar Diamanten finden würden. Davon haben wir nämlich noch nicht allzu viele. Zwar acht, aber das reicht natürlich nicht, um unter die Champs zu gehen. Jetzt würde ich mal vorschlagen, bauen wir uns hier mal kurz, ähm, ähm, äh, ja, eine Axt brauchen wir nicht, sondern eine Eisenspitz-Hack. Schaufel, Axt, Schwert. Vielleicht auch keine ganz so dumme Idee, nochmal ein Schwert zu bauen. Diesmal aus Eisen. Okay, dann diesen Sticky können wir hier, diesen Sticky dort. Dann schmeißen wir das mal weg. Achso, den wird man ja auch mitnehmen. So, dann habe ich hier Vibrations. Äh, schauen wir doch gleich mal nebenbei. Vielleicht hört es mich ja jemand an. Nope. Nur eine Information, dass jemand anderes etwas gesagt hat, dem ich folge. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe mir ja so ein paar Leute, die ich für irgendwie wichtig halte, markiert, auf Twitter. Und wenn, sobald die irgendwas, und auch Facebook auch, und sobald die irgendwas posten oder so, kriege ich eine Info. Und, ähm, das ist manchmal gar nicht. Sehr schlecht, weil dann weiß man irgendwie, okay, da ist was am Start. Da muss ich irgendwie aufmerksam sein. Ähm, vielleicht eine Info, die ich, ähm, die ich auf gar keinen Fall verpassen will. Und es gibt ein paar Leute, die sind, ähm, bemerkenswert, ähm, informativ. Das finde ich cool. Freue ich mich immer, wenn ich, ähm, wenn ich von denen ein paar Infos kriege. So. Ja, und wir bauen fleißig, fleißig Eisen ab und Kohle und Lapislazuli und alles, was unser, äh, Minecraft-Herz begehrt. Okay, hier oben geht es natürlich weiter. Wie sollte es auch anders sein? Okay, jetzt, ich höre ein Skelett. Hier gibt es natürlich fett einfach Zeug am Start, was super geil ist. Ähm, und ich werde auch irgendwann mal, glaube ich, wagen, mich einfach hochzugraben. Ähm, in der Hoffnung, dass ich nicht unter einem Meer rauskomme. Ich weiß dann auch nicht, ob ich das hier machen werde, während ihr noch zuschaut. Das habe ich ja einmal schon mal gemacht. Ich weiß gar nicht, welche Folge. Das war drei oder vier oder sechs oder so. Ähm, das war auch ganz unterhaltsam, glaube ich. Allerdings hat der Computer da so dermaßen versagt. Ich hatte noch keine Ahnung, ähm, dass es sowas wie Optifine gibt. Ähm, das heißt, die Framerate war extrem schlecht. Ähm, aber man hat echt Fun gemacht. Das war das erste Mal, wo ich mich auch komplett verlaufen hatte. Und ich hatte irgendwie auch leichte panische Anfälle. Und, ähm, ja, war aber sehr cool, als es dann, als ich mich dann hochgrub und es schließlich dann tatsächlich wieder ans Tageslicht ging. Beziehungsweise, es war Meer da. Und ich bin echt das ganze Meer hochgeschwommen. Und, ähm, ich war dann irgendwie, äh, oder war das Meer? Oder kam ich von einer kleinen Insel raus? Hm. Ähm, ich dachte, ich wäre auf einer kleinen Insel rausgekommen. Oder war das Meer? Da war doch mehr. Da war doch hundertprozentig mehr. Ihr könnt ja mal nachschauen, ähm, wenn ihr Lust habt. Und mal gucken, ob, ähm, ob ich hier jemals wieder rauskommen werde. Ich grabe mich hier jetzt auf jeden Fall auch ganz schön flott ein. Hier haben wir noch Kohle vergessen. Die nehmen wir natürlich mit, weil wenn wir schon mal in der Höhle drin sind, dann wollen wir auch mit fetter Beute nach Hause gehen. In der Hoffnung, wie gesagt, dass wir nicht kläglich sterben. Am besten stirbt man ja in so Höhlen, indem man sich, ähm, in Lava begibt. Und droppt dann einfach mal so Fett ins Lava. Ähm, und, ja. Das Einzige, was man dann natürlich davon hat, ist, dass man Fett einen zum Lachen delivert. So. Guck, sind wir auch nochmal hoch. Alter. Okay, hier höre ich jetzt eindeutig ein Skelett. Mein lieber Schwan, was für ein mega, mega Labyrinth. Und wieder mal ein Start. Okay, hier haben wir eine schöne Rundtour gemacht. Das ist schon mal cool. Dann können wir vielleicht hier... Okay, das ist auch krass gefährlich hier wieder. Und so dermaßen wieder verschachtelt. Hey, unfassbar. Können wir hier einfach den Deckel zumachen. Das bedeutet dann, ähm, dass wir hier gar nicht mehr hingehen brauchen. Ja, das signalisiert das dann hier. So, alles gut. Auch hier brauchen wir nicht mehr hingehen. Äh, keine Materialien drin. Die, die drin sind, haben wir schon abgebaut. So, bedeutet... Ruhe. So, da brauchen wir nicht mehr hin. Können wir uns auch nicht mehr allzu oft im Kreis bewegen. Was ja immer so ein bisschen das Problem ist, wenn man sich verlaufen hat. Man läuft so oft die gleichen Gänge ab. Okay, da sehe ich jetzt aber eindeutig was. Ich habe noch eine einzige Fackel. Mossstone. Hier haben wir noch fünf Fackeln. Das heißt, hier ist doch eventuell... Oh, was geht denn hier? Ja. Hier haben wir mit Sicherheit eigentlich ein Skelett-Spawner. Alter Schwede, alter Schwede. Hier sind richtig viele... Also, so ein krasses Hüllengedöns. Unfassbar. Bleiben die Worte weg. Ihr merkt das schon so ein bisschen. Und ich habe gar nicht geguckt, wie lange ich eigentlich aufnehme. Ich habe keinen Dekor gestellt. Deswegen schaue ich mal kurz. Okay. Zurück zur Geschichte. Das geht so krass geil ab hier. Okay. Wir werden diesmal nicht allzu lange aufnehmen. Wie gesagt, ich versuche jetzt auf jeden Fall mal so einen neuen Effekt irgendwie anzubringen. Und, ähm, ja, ich würde mal sagen, wir schauen mal, was hier drin ist. Oh, boah, alter Schwede. Ja. 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 Okay. Nice, okay, das haben wir noch ganz nett gemacht. Geht's ja echt ganz gut ab hier. So, dann machen wir doch mal hier nochmal ein Fäckchen hin. Trotz meiner Müdigkeit habe ich das einigermaßen gemacht. Oh, ein verzaubertes Buch. Plünderung 2. Was hat es eigentlich mit diesen Büchern auf sich? Wenn mir das mal jemand erklären kann. Einfach ein bisschen zu faun nachzugucken, was es eigentlich damit auf sich hat. Kann ich jetzt eigentlich nicht mit Weizen mir was zu essen machen. Aha, ich habe nur 5. Das heißt, ah ja natürlich, schaut an, schaut an. Ein Brot. Ja, das hilft uns doch ein bisschen fort. Dann haben wir hier ein verzaubertes Buch. Was kann man damit tun? Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht, man weiß es nicht. Ein verzaubertes Buch ist ein schönes verzaubertes Buch. Aber damit kann man wohl nicht allzu viel machen. Wir brauchen keine Pfeile und keine Knochen. Deswegen werde ich jetzt versuchen, die wieder loszuwerden. Wir nehmen aber den hier auf jeden Fall mit. Und der ist nämlich wichtig. So. Wunderbar, das war toll. Ein kleines Intermezzo. Aber wir müssen unbedingt weiterziehen. Wir müssen auch unbedingt was essen. Denn wir wollen ja wieder nach Hause. Und es kann gut sein, dass das noch eine ziemliche Weile dauert. Deswegen dürfen wir uns gar nicht so lange damit aufhalten. Aber wir nehmen noch ein bisschen Material. Ist klar. Ein bisschen Kohle abbauen. Ja, und lass mich noch ein bisschen was über Yumi erzählen. Beim Yumi haben wir ganz coole Sachen gemacht. Ich habe zum Beispiel zum allerersten Mal einen Vlog gemacht. So richtig schön mit Selfie-Kamera am Start. Hat echt viel Spaß gemacht. Damit habe ich so ein bisschen den Tag dokumentiert. Und war echt sehr cool. Also hat eine große Freude gemacht. Und ich habe auch erst dann gemerkt, wie einfach oder wie schön einfach das eigentlich ist. Okay, hier kommen wir her. Ja, relativ schnell bekommt man da schon einigermaßen was zusammen. Und das ist ganz cool, muss ich sagen. Hat mir echt viel Spaß gemacht. Und werde ich mit Sicherheit auch mit der einen oder anderen Location wieder... Location, sage ich schon. Mit der einen oder anderen Event tun. Okay, wir haben hier wieder Zomben-Alarm. Und dann werden wir hier vielleicht erstmal dafür sorgen, dass wir hier oben latschen können. Das klingt auch nicht mehr wie eine. Wo seid ihr? Also ich werde mich, glaube ich, definitiv irgendwann mal nach oben graben. Denn das ist so ein abgefahrenes Labyrinth. Da findet man niemals wieder raus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier jemals wieder sinnvoll rausfinden werde. Und deswegen werde ich hier auf jeden Fall irgendwann mal wieder mich rauskramen. Wenn ich sowas sehe, dann kommt da die nächste Geschichte an den Start. Da habe ich auch... Also natürlich muss ich jetzt auch wieder runtergehen. Aber da ist ja noch eine Mine. Oh Gott, echt. Das heißt, wir werden jetzt hier noch so ein bisschen sein. Noch ein bisschen was einsammeln. Wir haben hier auch noch ein bisschen Zeit. Und dann werden wir versuchen, hochzuklettern. Und ich glaube, ich sehe da hinten einen Spawner. Einen Zombie-Spawner in der Ferne glitzern. Und den werden wir dann... Ja, auf jeden Fall. Das sind aber richtig viele. Alter, Späte. Kommen die jetzt angelaufen? Puh. Wo sind die denn jetzt? Sind die vielleicht? Alter. Wie will ich mir immer die Hosen machen? Okay, hier ist echt viel Erde am Start. Vielleicht. Na, ich glaube doch, oder? Nein, ich glaube, da hat kein Glas. Ich habe schon für einen kurzen Moment gehofft, dass es hier vielleicht sowas wie einen Ausgang gibt. Ich forsche jetzt auch schon gar nicht mehr alles und baue auch schon nicht mehr alles ab. So.